Jack, brich das Schloss ab. Was zur Hölle ist das? Irgendeine Werkstatt? Ich hab hier was. Ein Spektralwandler. Oh, ich hab eine Idee für Jack. Sieh mal, Jacks Tarnung kann jetzt auch uns unsichtbar machen. Unsichtbar, wie? Sollten wir hier ausprobieren. Jack, Tarnung, Bär, los. Alles klar. Ein Problem weniger. Neues Spielzeug. Dann komm, zurück zum Skiff. Nicht so schnell! Scharf schützen! Wenn wir uns bloß irgendwie unsichtbar machen könnten! Wir sind dir weit voraus! Machen wir sie fertig! Tarnung! schnell auf! Scharf! 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 Okay, wir haben alle. Jetzt den Hügel runter und zurück zum Skiff. Okay, bereit, das Labor zu suchen? Ja, war noch nie bereit.